Musik Meine lieben Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Jetzt hab ich heute ganz viel Far Cry 4 aufgenommen, ich hab Unity aufgenommen und so weiter und ich dachte mir aber, komm, da ist noch so ein Spiel, Assassin's Creed 2, dass auch immer noch Leute gerne schauen und allzu viel haben wir da nicht mehr vor mir, bring das noch zu Ende, mach da noch weiter und jetzt hab ich auch Bock drauf und deswegen bin ich jetzt auch zurück hier und wir sollen Leutnants töten. Wir sind zurück in Florenz und der gute Savonarola, der hat hier die Kontrolle übernommen mithilfe des Apfels. Ich möchte hier in dieser Aufnahme mal eine Sache testen und zwar nehme ich zum ersten Mal mit Nvidia Shadowplay auf. Ich hab ja seit einiger Zeit jetzt eine Nvidia-Karte und da wollte ich mal das Aufnahmeprogramm testen, weil das auch in 60 FPS mit 1080p aufnehmen kann, aber die Dateien sehr viel kleiner sind als bei Fraps. Da ist nämlich ein Part 100 GB groß und da mir gerade die Festplatte abgeschmiert ist, eine von meinen Aufnahmepestplatten, brauche ich ein bisschen Speicherplatz, bislang muss ich ein bisschen sparen. So, wir stechen mal eben hier den Herold, weil wir haben wirklich mehr als genug Geld. Ah, okay, ich muss jetzt auch noch üben werden. Ja, da sind so ein paar Wachen, die uns gesehen haben. Na gut, auf jeden Fall haben wir die Aufgabe, ach so, da ist sowieso so ein Wachmann, den ich auch töten kann. Wir haben die Aufgabe, neun Leutnants von Savonarola zu töten. Und das werden wir tun, nachdem ich die Kerle hier besiegt habe. Beziehungsweise nachdem ich weggelaufen bin, sagen wir mal so. Ähm, neun Leutnants sollen wir töten, die sind überall in der Stadt verteilt. Und damit können wir ihn schwächen und, ja, ein bisschen Veraufruhr sorgen hier in der Stadt. Das sollte wohl ganz gut sein. So, jetzt schaue ich gerade mal, dass ich denen entkomme. Dann können wir nämlich in Ruhe weitermachen. Anonym werden, um diese Mission zu beenden. Ach so, hier gibt's auch was. Na gut, den haben wir ausgeschaltet. Ich muss mal eben die Kerle loswerden, sonst kann ich die Mission nicht machen. Jungs, greift mal an, sonst kann ich nicht kontern. Danke, Kollege. Was ist mit dir, du auch noch? Hey, hättest du wohl gerne. So, weg mit dem. Bin ich jetzt wieder anonym? Ja. Also, hier kann ich eine annehmen, eine Mission. Erzfeind. Den Söldner eliminieren, der den Ponte Vecchio bewacht. Also, da kommen die Leute nicht über die Brücke, weil irgendein Idiot die Brücke blockiert. Neuer Status gesucht. Okay, da ist eine Brücke, die wird... Die ist gesperrt, dank dem Typen da hinten. Und wir schauen jetzt mal, wie wir hier das Problem lösen können. Das ist einer von den Leuten ans. Jetzt sehe ich nur gerade, wir haben hier auch einen Aussichtspunkt, den nehmen wir natürlich kurz mit. Wundert mich, dass wir ihn noch nicht alle haben hier in der Stadt. Aber gut, stimmt natürlich. Wir waren auch noch nicht so überlange hier. Savonarola will nur das Beste für euch. Der macht gerade ein bisschen Propaganda für Savonarola. Das ist ja auch in Ordnung, soll er machen. Aber ich kletter kurz auf den Turm und dann, wenn ich gleich fertig bin hier, dann sage ich dir mal Hallo und dann haben wir den ersten von den neuen. Das wird sicherlich ein bisschen dauern, bis wir alle haben. Aber man macht ja nichts, wir haben ja Zeit, oder? Wir haben ja keinen Stress. Also, ich würde natürlich trotzdem... Ich würde tatsächlich gerne Assassin's Creed 2 jetzt relativ bald auch abschließen. Ich möchte da nicht mehr ewig viel brauchen, weil ich jetzt gerade so viele Projekte habe, die noch laufen. Da habe ich gar nicht die Zeit, auch noch Assassin's Creed 2 lange zu machen. Aber wir bringen natürlich die Story noch in Ruhe zu Ende. Und die Zeit nehme ich mir ja auch natürlich trotzdem noch hier Aussichtspunkte zu uns. Jetzt nicht so, als würde ich nur noch durchrushen. Aber ich wäre froh, wenn wir es irgendwann dann demnächst auch mal abschließen. Sagen wir mal so. So, den muss ich mal ausschalten hier. Da kommt noch einer hoch. Der fällt runter. Beziehungsweise, der ist runtergefallen, aber nicht gestorben, lustigerweise. Da kommt er wieder hoch. Also, die fallen immer wieder runter, aber sterben wollen sie nicht. Na komm, greift mal an hier. Jungs, wir können das alles schneller machen. So, ist gar nicht so leicht in diesem Spiel. Muss ich mich tatsächlich gerade wieder umgewöhnen, nachdem ich Unity zocke. Genauso wie die Tasten alle anders sind. Synchronisieren ist bei Unity zum Beispiel auf B, hier auf Y. Hightank ist bei Unity auf Y. Nun, hier auf, ähm, nee, auf Pfeil nach oben, hier auf Pfeil nach links und so weiter. Alles anders. Deswegen nicht wundern, wenn ich irgendwas nicht direkt treffe. So, da oben ist der Kollege. Ich denke mal, den können wir doch einfach runterziehen, oder? Da ist eine Drücke. Zack. Soll ich den enttöten? Ja, ne, der ist so blau. Ich glaube schon, dass ich den töten soll. So, Kollege, das ist der erste von neun. Ihr tragt die Kleidung des Adels. Wie konnte Savonarola euch blenden? Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Und jetzt habt ihr stattdessen nichts. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat in Pache. Gier hat noch nie geholfen, mein Lieber. Er wollte mehr, ja. Und Savonarola verspricht denen mehr Macht. Aber sie kriegen nichts. Außer den Tod. Durch uns. Na kommt, Jungs. Geht doch alles so viel einfacher. Ja, aber jetzt gerade jetzt, wo ich wieder Unity nebenbei zocke, muss ich sagen, das Kampfsystem ist so viel besser in Unity. Bei Brotherhood war es auch schon besser als hier. Bei 2 ist es wirklich immer so auf Kontern angelegt oder eben auf Ausweichen. Danach war es immer eher so, bei Brotherhood und folgende war es dann so, man musste den ersten erfolgreich kontern. Und dann konnte man eigentlich alle easy killen. Jetzt gerade kriege ich es zum Beispiel mit dem Kontern nicht hin. Danach konnte man alle easy killen. Wenn man den ersten getroffen hat und danach die richtigen Tasten gedrückt hat, konnte man 30 Gegner oder mehr killen. Das war echt krass. So, da schießt gerade einer mit Pfeil und Bogen auf uns. Das lasse ich mir natürlich nicht bieten. Die Brücke kennen wir übrigens schon. Da waren wir ganz am Anfang. Jetzt habe ich natürlich das Problem, wir sind überall wachen. Ich muss mal irgendwie hier weg. Ab ins Wasser. Komm, das ist immer eine gute Notlösung. Ich muss jetzt nämlich erstmal anonym werden, damit wir den nächsten Leuten annehmen können. Aber den ersten von neun haben wir ja. Vielleicht können wir die auch einfacher killen, zum Beispiel mit Wurfmessern oder sonstigem. Ah, jetzt können die Leute wieder über die Brücke. Das war also eine gute Tat, die wir da vollbracht haben. Dafür gibt es auch drückend mal 2000 Florin. Nicht Rupien, nicht Livre, sondern Florin. Erzfeind haben wir abgeschlossen. So, jetzt haben wir noch natürlich viele weitere Punkte auf der Karte. Und einer von neun ist tot. Wir können uns also wild auswählen, wer als nächstes sterben soll von den acht übrig gebliebenen Leuten. Irgendwie klappt das mit dem Festhalten nicht immer. Jetzt hat es geklappt. Ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung, wo so einer alleine ist. Irgendwie, da hinten in die Richtung. Da sind aber jetzt zwei sind da alleine. Der eine... Oh, ja gut. Ich fall runter. Ja, nö, dann nicht. Dann laufe ich halt weiter. Ach ja, stimmt. Hier muss man ja auch noch die Leute aus dem Weg rammen, weil man sonst hinfällt. Das war ja natürlich danach auch anders. Irgendwo hier in die Richtung ist er jedenfalls. Hier kloppen sich Leute. Da ist ein Dieb. Den brauchen wir auch schon lange nicht mehr. Da ist auch ein Aussichtspunkt. Den sehe ich gerade. Irgendwo hier oben. Ich kletter erst mal hoch und dann haben wir auch da das nächste Ausrufezeichen, aber wir haben hier auch einen Aussichtspunkt. Also mal schauen, ob wir da nicht irgendwie drankommen, wenn ich hier hochkomme. Ist schlimm, dass ich geklettere an solchen Häusern hier. Meine Güte, nix kriegt der hin. Und dieser Klammergriff, der ist ja eigentlich ganz geil. Den haben wir ja auch schon was länger. Klappt nur leider oft nicht, muss man ja ganz ehrlich sagen. So, zack. Zack, er hält sich nicht, obwohl ich drücke. Jetzt hat er sich gehalten. So, und hier da oben ist der Aussichtspunkt. Den nehme ich natürlich mit, wenn ich hochkomme. Mal schauen. Hier vielleicht? Ne, ähm, dann von der Seite. Das auf jeden Fall. Er beschwert sich, dass wir hier sind. Jaja, ich bin auch gleich weg. Ich nehme das gleich da, nämlich die Mission an. Aber den Aussichtspunkt hole ich mir vorher. Und dann nehmen wir da die nächsten an, dann haben wir Leute an Nummer 2 von 9. Das wird auf jeden Fall noch einen Ticken dauern, hier die alle zu killen. Mal schauen, wen wir hier haben. Oh, der sieht aber lustig aus. So, Stillleben. So, Attentat auf verblendeten Künstler. Das andere war ein Leutnant, das ist ein Künstler. Das sind alles Leutnants, aber der eine war so ein Adliger und das ist ein Künstler, der da unten irgendwas verbrennt. Auf das Sprungbrett sprinten, um es zu nutzen, zum Sprinten, das habe ich ja noch nie gehabt. Wir hatten noch nie ein Sprungbrett. Was ist da los? So, die beiden Kollegen haben wir. Den Kollegen haben wir auch. Tatsache. Das ist ein Sprungbrett. Das habe ich das ganze Spiel noch nicht gehabt. in 40 Parts oder so und jetzt zum ersten Mal haben wir hier sowas komisches gehabt. So, wo ist denn unser verblendeter Künstler? So, den Kollegen da oben haben wir natürlich. Und da unten ist er. Schauen wir mal, ob wir den killen können. Und treffe ich ihn? Nö, ich treffe natürlich den Falschen. Aber irgendwie, ne, wir haben ihn doch getroffen. Ah, okay, wir haben ihn doch getroffen. Es sah nur so aus. Was habe ich nur getan? Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Und auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiescat in Pache. Tja, neun weitere Menschen müssen sterben, weil Savonarola die manipuliert hat. Wie das Ziel fliegt. Ich habe das Ziel doch gekillt. Wie du gerade gesagt hast. Aber jetzt möchte ich gerne hier weg. Das ist mir ein bisschen zu krass hier. Das ist mir ein bisschen zu krass hier. Schaut euch das an. Die ganze Armee ist hinter mir hier. Das ganze Land. Alle. Da sind sogar noch mehr. Oh mein Gott. Da kommen noch mehr. Ich hoffe nur jetzt nicht, dass ich gleich irgendwie in der Sackgasse lande. Dann habe ich ein Problem. Vielleicht machen wir das wieder mit. Wie eben wir hauen ab ins Wasser. Das hat doch eben gut geklappt. So, ich glaube auch nicht, dass hier irgendwer hinterher kommt. Jawohl, das hat geklappt. Sehr schön. Damit haben wir zwei von neun. Und der verblendete Künstler ist auch Geschichte. Ruhe in Frieden. So, da gibt es wieder 2000 für. Für jeden von denen gibt es 2000. Mal neun. Das sind auch schon mal wieder eben ähm, 18.000. Kurz rechnen. Kopfrechnen. Ja, zweimal. Zweimal neun. Und jetzt sind noch sieben übrig. Aber es ist nicht so, als würden wir Geld brauchen. Ich habe 120.000. Und in der Kiste sind, glaube ich, noch 50.000. In der Truhe, da komme ich aber gar nicht mehr hin, weil, ich meine, was sollen wir damit? Was soll ich mit der ganzen Kohle? Da ist ja kein Bedarf mehr da. Wir haben alles. Und, ähm, ne? Insofern machen wir einfach ganz normal weiter hier. So ist das halt, wenn man früh die Sachen macht, um das Geld zu kriegen und so, die Stadt verbessert, dann hat man am Ende halt sehr viel Geld. Wenn man sowas erst ganz am Ende macht, dann hat man noch relativ crappyes Equipment, kein Geld und muss es dann erst machen und dann lohnt es sich auch nicht mehr. Oder was hätte es mir zum Beispiel gebracht, am Ende des Let's Plays noch die Assassinenrüstung von Alter E zu holen? Dann habe ich da ja auch nichts mehr von. Ja, jetzt habe ich da was von, weil ich die jetzt die ganze Zeit im Spiel natürlich geil benutzen kann. Da bin ich ja froh drüber. Soll ich so jetzt gerade irgendwie mal das nächste Ausrufe zeichnen, aber es ist noch keins irgendwie aufgeploppt als Nas. Ich laufe einfach so mal in die Richtung von ganz verschiedenen, aber noch keines irgendwie hat sich so herausgestellt von wegen mach mich doch da vorne ist das Erste. So, hier. Da hat sich das Erste beworben. Denke ich mal, ist wieder oben. Ne, ist nicht oben. Hier ist es. Ihr dürft unsere Arbeit nicht stören. Florenz ist krank. Es ist unsere Pflicht zu helfen. Wie? Indem ihr das Volk zwingt, einem Irren zu folgen? Es ist unklug, die Mächtigen herauszufordern. Ja. Nun, die werden bald abgesetzt. Nein. Ihr bekommt mich nicht. Savonarola wird von eurem Verrat erfahren. Wache! Wache! Okay, der hat uns schon direkt gesehen hier. Soziale Aufsteiger den Adeligen verfolgen und zum Schweigen bringen, bevor er Savonarola erreicht. Okay, der möchte uns verpetzen. Das wissen wir natürlich hoffentlich zu verhindern. Jetzt habe ich nur das Problem, dass der oben gestartet ist und nicht unten, was natürlich gemein ist. Jetzt muss ich erstmal irgendwie nach oben kommen. Und das Savonarola, ne. Leute, hier müsst ihr ja nicht alle sterben. Das ärgert mich so ein bisschen, dass ich hier so viele töten muss. Warum? Nur weil der die alle blendet. Weil der die alle blendet mit seinem blöden Apfel da. Und nur deswegen muss ich die kehlen. Die armen Kerle. Huch, was ist jetzt passiert? Ist der entkommen, oder was? Wie lange kannst du weiterlaufen? Ich war in Ordnung. Loll! Der ist tot! Ich bin nicht schuld! Doch, ihr traft eine Entscheidung. Er verzauberte mich mit diesem Ding. Nur weil ihr es zuließt. Ich tue dies für das Volk. Requiescat in Pache. So, drei von neun. Also was war das denn bitte? Ich bin ihm hier hinterhergelaufen. Ich glaube tatsächlich, der ist beim Weglaufen vom Dach gefallen. Ich vermute fast... Hallo, beruhig dich mal, Ich glaube tatsächlich, der ist vom Dach gefallen, der Idiot. Ich war ja nicht mal in der Nähe von dem. Und plötzlich war er tot. Dann kann er nur vom Dach gefallen sein. Und das ist so lustig. Das ist so lustig. Ich habe nichts gemacht und er fliegt vom Dach und stirbt. Und ich muss nur noch hingehen und sagen, Ruhe in Frieden. Ich muss nur mal ein bisschen zurück manchmal wegen denen, die einen verfolgen. Die sind so ein bisschen blöd. Die ärgern mich ein bisschen. Ähm, haben wir... Ne, haben wir nicht. Na super. Also kein Rauchbaumstart. Ja dann, komm Jungs, wenn ihr unbedingt Schläge wollt, dann greift halt an. Meine Güte, ich habe ja keine Lust darauf, aber wenn es sein muss, muss es sein. Zumindest diese Sprinter. Die sind nämlich so nervig und wenn die hinter dir sind, kannst du nicht entkommen und dann mache ich das halt eben so. Aber es kommt natürlich immer noch mehr. So, jetzt habe ich aber glaube ich die Sprinter gekillt. Insofern kann ich jetzt auch wieder weglaufen. Nur um die ging es mir eigentlich, weil mit denen kannst du halt nicht weglaufen. Macht zumindest keinen Spaß. Dann kannst du nur über die Dächer abhauen. Ah, wie lustig. Ja gut. Ich meine, wenn es natürlich so easy klappt, dass die sich selber umbringen und vom Dach springen, wenn ich hinter denen her laufe, dann haben wir natürlich einen easy Job hier. Dann haben wir einen easy Job. 2000 gibt es dafür wieder. Damit haben wir drei von neun gekillt. Soziale Aufsteiger ist auch beendet. Ja, wenn der nächste sich auch vom Dach stürzt, dann wird das doch ein gutes, gutes Ding hier. Dann wird das nicht lange dauern. Und ich meine, wir haben diesen Part jetzt schon drei gekillt. Das ist doch eine gute Quote bisher. Das heißt, so mega lange wird das gar nicht dauern. Wenn ich mir bei jedem noch ein bisschen Zeit lasse, dann vielleicht so zwei, drei Parts. So, da unten ist auch schon der nächste. Und den machen wir noch, dann haben wir nämlich vier geschafft in dem Part. Beim nächsten Mal mache ich dann die restlichen fünf, wenn ich hier irgendwie mal runterkommen würde. Und dann haben wir das auch schon. Okay, der da hat da oben ein bisschen was. Sterbessakramente. Ungesehen auf den Duomo klettern und den verblendeten Priester aus seinem Hochsitz entfernen. Ja, machen wir. Den entfernen wir da mal. Also der, der äh, Priester ist das hier jetzt in dem Fall. Also es ist ein Künstler, Priester und so weiter. Viele wichtige Leute, die der mit seinem Apfel unter seine Macht gebracht hat, unter seine Kontrolle gebracht hat. Ach, am Dom! Ganz da oben! Ja gut, das wird natürlich lustig. Mal schauen, ob wir da hochkommen. Das wird lustig. Das wird ein bisschen dauernd, da hochzukommen. Dann kriegt der Part halt ein bisschen Überlänge. Ich dachte, wir machen jetzt noch schnell den vierten, aber wenn der natürlich so weit da oben ist. Ah, die kann ich hier nicht killen. Ja gut, dann gehe ich halt eben hin. Ach so, ich darf die nicht killen. Ja, sagt mir das doch. Menschenskinder, vorher durfte ich immer alle killen. Dann sag mir das doch vorher. Muss man doch keinen Stress machen. Sag mir doch einfach, solltest du besser nicht killen? Ja, dann weiß ich ja Bescheid. Alles gut, alles easy. Ja gut, dann kletter ich jetzt wieder hoch. Wir versuchen nicht entdeckt zu werden. Und gut ist das. Da oben ist auf jeden Fall einer, das weiß ich ja jetzt und dann weiß ich auch, dass ich den besser nicht kille, sondern den schön zu seiner Ecke laufen lasse. So, und dann weiterlaufe. Den darf ich ja dann auch nicht killen. Und den da hinten auch nicht. Hey, hier sind aber doch mega viele. Wie soll ich denn hier nicht entdeckt werden? Huch, wie soll, hey, aber wie soll ich denn dann da hochkommen? Wenn ich nicht mal jemanden killen darf und aber auch nicht gesehen werden darf. Ja, das ist mir noch ein Rätsel. Das müssen wir mal schauen beim nächsten Mal. Gut, dann machen wir das aber nicht jetzt, dann machen wir das tatsächlich beim nächsten Mal. Hier den Doma klettern. Das sieht doch ein bisschen schwieriger aus als die davor, die drei. Ich sag bye-bye, euch einen schönen Tag und alles Gute. Euer Walle.